Guten Tag und herzlich Willkommen zur geblickten Legon, da ist der Thorsten Freuze schon. Wir haben den Fehler entdeckt aus der letzten Folge. Der Fehler bestand daran, dass ich hier einen weißen gebaut habe anstatt einen grauen. Also haben wir jetzt ausgetauscht und jetzt ist alles richtig. Wir würden vielmals zur Verzeihung, Lego. Ja, wir machen das nicht. Ah, alles gut. Kann alles mal passieren. Cycling. Und ich weiß, da war man nicht. Da war man nicht. Wie ein Profi. Probe. Ich dachte schon, wir machen jetzt lauter Dinger drüber. Papapapapap. Was war das? Oh, mein Baustür ist ja richtig Hammer jetzt. Und was kommt? Meinst du, wie ist das da? Ich war cool. Cycling. Ja, das war über die Treppe natürlich. Kannst du einen Backbogen auch eigentlich. Ja, das ist ein ganzes Vermögen. Ach so. Ja, mehr ist nicht. Ja, mehr ist nicht. Und was soll ich tun? Ja, was soll ich zu tun? Ja, heute. Kann schon eine Schatzkiste zusammenbauen, die wird später bestimmt wichtig. Ja, Schatzkiste. Ja, guckt ja, das ist ein ganzes Vermögen. Ja, kleine Verbrecher. Also Leute abzocken. Jetzt wissen wir auch, wo er quasi seinen ganzen Kram von leisten könnte. Oben, du hast ein Duplone liegen wahrscheinlich am Dach. Ne, ne, ne. Was ist so ein Benzfeier? Ein ganz normaler Braun, würde ich sagen. Oder ein schwarzer. Gibt mal die Farbe. Gibt mal die Farbe. Äh, ja. Ist mittendrin, ne. Also, soll ich dann wissen, wo das jetzt genau... Weil es genau in der Mitte ist, würde ich sagen. So? Ja. Ich bin doch unsicher. Na ja, ist immer schlecht zu überzeugen. Unsicher. Ich bin es noch nicht fertig. Brauchen wir das nicht in der Helle drücken. Warum nicht? Weil du noch mehr zu tun hast. Mh. Sagt, was ich... Nein. Aber man hat die nicht. Die müssen ja auf die Außenkante setzen. Genau. Ja, schon dabei. Junge. Warum hast du nichts gelernt? Weiß ich auch nicht. Gut, geh den Dieter. Was? Der hat doch noch zwei zu Gold-Töp-Klo in ihrem Ring. War jetzt ja auch nicht. Ich hab ihn ja auch reingeheim. Bitteschön. Was? Oh, der ist sogar falsch. Ja, wollte ich schon sagen. Da fehlt auch was. Jetzt aber. Ne. Lego, nein. Jetzt finde ich das Teil ja nicht. Oh, jetzt kickt das wieder nicht hin. Was suchst du denn? Langer? Ja. Da. Achso. Wie lange haben wir gesehen. So ist was. Hm? Und dann musst du. Die Nachfolgs-Sendungen verschieben sich. Um einen, Tobias. Genau. Das Konkurrest hab ich ja schon mal. Guck. Ich dachte bestimmt wieder nur zwei Steine raus. Ne. Oh, ein bisschen mehr. Einige mehr. Ja. Endlich krieg ich ein bisschen Action hin. Das darf ja nicht wahr sein. Immer nur zugucken bei Lego. Das ist ja auch ein interessanter Stein hier. Welcher? Mit dieser Ecke hier. Mhm. Was auch immer so symbolisieren sollen. Wir werden es erfahren. Ja. Immer so diese halben Höhen, ne? Mit dem die arbeiten. Ja. 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 Der hat sich versteckt. Moment, jetzt kannst du noch mal zwei Minuten warten, ja? Ich habe die Teile schon zusammengesucht. Bitte sehr. Jetzt hast du es mir unvorbereitet. Du hast hier die... Nein. Ne, die muss ich machen. Ja, genau. Eigene Nase bitte. Ja, ist ja gut. Will ich auch gesagt haben. Mit Loch drin. Mal gucken, was da rankommt. Na ja, was denkst du denn deinem Fachwerk an? Mit Loch? Hm. Hier. Ach so, ein Meister. Ja, Dachbohnen, da darfst du schon mal durchziehen, oder? Sorry. Das ist auch ein interessanter Stein. Vor allem die Farbe. Die Farbe, ja. Viele interessante Steine haben wir diesmal. Weil bei manchen Sets hört man sich, ja, so 0,850 Kram irgendwie. Ja. Aber der hier? Soll ich es vergessen? Nein, ich habe es kontrolliert. Was? Randaliert? Kontrolliert. Ich habe randaliert. Oh, das ist ein kleines Fenster. Oh, das ist ein kleines Fenster. Ja. Ja. Da steht sogar was drauf. I love you. Wants open at time. Ja. Das war einmal. Da kommt auch dein komischer roter Punkt da drunter. Ein komischer roter Punkt. Wobei nicht viele Leute zu der Zeit schreiben konnten. Oh, jetzt habe ich das hier für so gesehen. Sorry. Da kommen noch zwei Steinchen rein. Lesen und schreiben war damals nicht so gegeben. Oder wie wir beim Thema Kirche sind. Und die haben ja auch immer diesen Zahntest gemacht, ob das richtig ist, so Geld war oder immer so fake. Macht heute auch keiner mehr, weil sie wissen, das ist sowieso falsch. Ja. Ja. Jetzt ist so. Was ist jetzt oben? Es ist halt die Frage, ob er den Bericht selbst geschrieben hat. Wobei es sieht aus wie ein Tintenpöttchen daneben. Ja, das ist ein Tintenpöttchen. Vielleicht was auch die Frau. Ja. Was? Auf dem Dachboden versteckt. Wollte völlig auch fragen, wo er wohl schläft. Aber offenbar wird das noch so eine Art Wohnzimmer. Oh, mein Arbeitsfritt ist ja wieder Wahnsinn. Ja, ne, finde ich auch. Das ist süß. Das gefällt mir. Aber deiner ist auch nicht so viel, ne? Nee, nicht wirklich. Ist aber mit Lücke, ja. Was ist denn da noch? So ein Köttchen. Das. Ach, deine Hand. Der kommt irgendwie mit dem Druck. Nicht da hin, sondern eher so. Kannst so einsetzen sein, oder? Denke ich auch. Kann auch einen Stuhl hin oder so. Ja. Oh, ja. Action. Oh, Bärmfell. Wow. Das ist mal ein Schmied. Das ist ja eine Jägerin als Frau. Oh je, jetzt wird's schwer. Ja. Ach Quatsch. Du musst das Fell bauen. Ja, deswegen ja. Schon nicht schnell. Maut. Vier. Du hast mich vorhin gekratzt mit den Spielen. Ja, und ich spiele in der Wille, was zu fressen. Aber vielleicht erst mal was gekriegt hat dann. Ständig Hunger. Glaube ich auch nochmal. Ja, naja. Ach, da kommt so ein Ding in doch. Oh wow. Aber was ist das? Was ist das? Bauen? Ich brauche jetzt noch daneben die Sätze. Na selbst doch. Kommt das direkt dran? Ja, ich glaube schon. Und da kommt auch der Stuhl, siehst du? Ja. Deinen Stuhl machst du jetzt auch. Ja, dann können wir wohl doch schreiben. Interessant. Ein Bärenfall aus Lego habe ich noch nicht gesehen. Bitte? Einen Bärenfall aus Lego habe ich auch noch nicht gesehen. Ne, ich auch nicht. Oh man, ich vermisse. Ja, wo soll das denn sein? Alter. Hast du auch richtig angefangen? Ja. Hoffe ich zumindest. Das hält ja nicht mehr ab. Das ist nicht gut. Ich brauche doch. Mit Geduld und Spucker. Ja, und mit sehr viel Geduld. So. Schön witzig aus. Na ja, es geht doch noch. Ja. Vielleicht kommt da noch ein Tisch drauf oder so. Die müssen es ja irgendwie machen. Ja, mussten. Das ist halt eine Deku. Ja, genau. Richtig. Neurisch. Sehr richtig. So, das, das, das. Jetzt finden wir auch hier die Seite. Diese Kurven. Mhm. Was ist das für das schon sein? Diese Seitenteile hier. Die Herrn fehlt hat ja so. Ja, ja. Ja, was war das noch? Ne, die kleinen Seiten hat es vergessen. Hä? Welche kleinere Seiten? Zeig ich dir. Ach, die. Ja, müssen wir mal richtig rummachen. So, ne? Ja. Perfekt. Sieht komisch aus. Ach. Oh, da kommt sogar noch was drauf. Da kommt noch Struktur. Okay, jetzt wird es älter. Ja, vielleicht wird es auch so ein Wildstern sein. Tja, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, was es ist. Na, komm mal. Okay. Warte bitte, ich bin ja nicht fertig. Ich habe auch. Okay. Ja, ja, das mach ja sein, aber sonst komm ich gleich nicht. Okay, dann ist das ein Dreier. Das ist doch mal ein Vierer. Das ist ein Vierer. Das ist auch ein Vierer. Ja, aber das kann nicht sein, weil da müsste noch einer Luft sein. Ne, das ist schon so richtig. Ach so, der sitzt... Ah, ich dachte, der sitzt außen. Sorry. Alles gut. Alles richtig. Na ja. Dann passt es ja doch. Ja, sieh schon. Sieh schon. So. Aber das ist... Das ist... Okay. Hast du deins auch? Ja, aber ich guck gerade. Irgendwie... Irgendwie sieht komisch aus. Ja, du, es ist ja komisch. Ohne. Nein, aber dass hier irgendwas fehlt. Nö. Stellenteil ist nix. Stellenteil ist nix. Okay. So. Ich glaube, wir bereiten tatsächlich das Dach vor. Nein. Niemals. 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 Ich meine auch so, weil hier so zum Einklingen nichts dran ist. Mhm. Nein. Wenn man etwas nicht gerade baut bei Niemals, dann hat man ein bisschen schnitt. Wo kommt das denn denn? Okay. Ja, aber das kann doch nicht sein. Soll ja hier eben sein, oder nicht? Ist es doch. Ach so. Ja, aber das soll... Äh? Das soll hier ran, obwohl das... Wobei da auch keine Lücke ist, ne? Wo man mal so sagen darf. Ja, richtig. Aber noch mehr weiße Einer können ja nicht fehlen. Gucken wir mal zurück. 1, 2... Da sieht man auch, dass es zu ist. Irgendwas... Ah, warte mal. Wenn das dann... Ne. Ja, dann würde ja... Einer fehlen. Ja, das hat ja mit dem Außenrand zu tun. Ah, das sind die langen. Die haben wir ja da. Das sind diese Dinger hier. Ja, ja. Da ist der 3er, das stimmt auch. Ja, das stimmt. Dann kommt das... Und das ist auch hier so richtig hier. Na, komm. So, und dann kommt der Einer... Hier... Ne, der kommt nach innen. So, kommt das aus. Ja, eben. Dann ergibt das auch Sinn. Hm. Sorry, war wieder mein Fehler. Den habe ich verletzt. So, jetzt geht das auch. Jetzt passt es besser. Jetzt passt es besser. Ja, dann werden wir das dann eben zurückzittern und wieder auf zusammenstecken. Ja, das ist Lego. War langweilig, wenn es immer anders wird. Ja. So. Und dann der 2 noch hin. Weiter geht's. Ich habe schon wieder so viel zu tun, das geht's wieder nicht. Ich habe auch nicht viel mehr. Ja, ich habe auch noch 4 aufeinander und ein Blättchen drauf. Ein Blättchen. Du hast immer noch ein Blättchen. Und diese Dinger hier unter dem Fenster verließe ich gerne. Jetzt kommt die hier in die Mitte. So. Zack. Fertig. Fertig. Genau. Jetzt kommt deine Drohe. Ja, die ist auch schon fertig. Aber da fehlt noch was. Da fehlt die Tasche drin. Die passt da gar nicht rein. So ein Rucksack ist das. Oder man sollte da nicht zumachen. Ne, die bleibt offen da stehen. Würde ich schon sagen, die geht da gar nicht zu. Kommst du da hinstellen. So, der Rest ist dir. Nein. Wieder Fenster, oder? Ja, hier. Äh, Fenster sei schon. Dach. So. So. Merkt sich dem Ende zu hier. Die Tüte, ja. Tüte, ja. Aber auch generell so fieses noch ich gar nicht mehr. So, und das kann jetzt hier sein. That's it. Okay. Hey. Ja. Ja. Tada. Weiter noch. Genau. Das war ab Twitter Nummer neun schon. Ja, das finde ich ja. Nein. Fünf Stück. Das geht auch zu schnell. Sehr hübsch. Ja, weil wir das bedenken mit anderen Sets so vergleichen, die wir bisher gemacht haben. Ist das schon in der Ecke? Ja, ich weiß nicht, wofür es ist. Es ist einfach da. Okay. Wir werden sehen. Hier ist auch noch eins. Ja, dann würde ich sagen, Tüte 10. Jo. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.